jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem video hier auf diesem kanal ich gebe euch mal zwei infos die erste ist in meinen videos auf app 4 spreche ich nicht weil ich irgendwie nicht sprechen kann die zweite ist und zwar ich habe eine umfrage an euch und zwar schreibt man eine 1 in die kommentare wenn ihr nur fordert auf diesen kanal sehen wollt eine 2 schreibt ihr für es ist euch egal also ihr mögt zum beispiel auch noch fifa oder so und ja leute die zwei sachen wollte ich mal wissen eine 1 für erstmal die ganze zeit nur fortnight oder eine 2 für halt verschiedene games zwischendurch videos zb von fifa fortnight minecraft oder so schreibt wie gesagt gerne in die kommentare wie gesagt noch mal das letzte mal 1 für nur fortnight und eine 2 für andere games und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal haut rein bis dann und ciao